Traka 21. Das intelligente System bietet kleinen und mittleren Unternehmen eine hochmoderne Lösung für ihre Schlüsselverwaltung. Der digitale Schlüsselkasten ist mit aktueller Plug-and-Play-Technologie ausgerüstet und vereinfacht die Aus- und Rückgabe von Schlüsseln in Ihrem Unternehmen. Das System ist effizient, kostengünstig und steigert die Gebäudesicherheit. Traka 21 ist einfach zu installieren. Wir zeigen Ihnen, wie Sie das System schnell einrichten können. Zuerst muss die Anlage an der Wand befestigt werden. Dafür brauchen Sie alle Teile, die im Lieferumfang enthalten sind. Für die Montage benötigen Sie eigenes Werkzeug, wie eine Bohrmaschine und Schraubenzieher, sowie geeignete Dübel und Schrauben. Zuerst schließen Sie einen landestypischen Adapter an das Netzteil an. Jetzt verbinden Sie das Netzteil mit dem System. Schalten Sie es ein, bevor Sie es an der Wand anbringen. Um die vier Befestigungspunkte zu sehen, stecken Sie den Notschlüssel in das System und öffnen Sie die Tür. Überlegen Sie sich vorher, wo Sie das Gerät montieren wollen. Achten Sie auch darauf, dass das System barrierefrei zugänglich und die Stromversorgung gewährleistet ist. Markieren Sie jeden Punkt durch das Gehäuse hindurch und bohren Sie an den markierten Stellen. Montieren Sie den Kasten an der Wand. Decken Sie die Befestigungspunkte mit den Verschlusskappen ab und schließen Sie die Tür. Sie müssen das System nur noch an eine Steckdose anschließen. Dann sind die Montagearbeiten fertig. Jetzt ist etwas Köpfchen gefragt. Keine Sorge, der Installationsassistent nimmt Ihnen den größten Teil der Arbeit ab. Wählen Sie Ihre Sprache. Geben Sie das korrekte Datum und die Uhrzeit ein, damit programmierte Freigabezeiten mit der Systemzeit übereinstimmen. Machen Sie sich mit der Terminologie von TRACA21 vertraut. Das Herzstück des Systems ist der sogenannte IFOP. Zusammen mit der Sicherheitsplombe schafft er den optimalen Schutz für eine rundum sichere Schlüsselverwaltung. Jetzt können Sie im System von TRACA21 einen Administrator anlegen. Geben Sie die Daten der Person ein. Wenn Sie auf Next klicken, kommen Sie zur Basisseite des Installationsprogramms. Das Wichtigste ist jetzt aber schon geschafft. Der Administrator ist eingerichtet und das System einsatzbereit. Schlüssel und Nutzer können jetzt dem System hinzugefügt werden. Um Nutzer einzuprogrammieren, wählen Sie Add Standard User. Das Installationsprogramm fragt Sie nach den Benutzerangaben, das heißt, welche Rechte und Möglichkeiten der Nutzer für welche Schlüssel haben soll. Diese erteilen Sie über eine persönliche PIN. Machen Sie Ihre Eingaben und klicken Sie zur Bestätigung auf Next. Kehren Sie dann zum Hauptbildschirm des User Admin zurück und klicken Sie auf Exit. Fügen Sie jetzt noch die Schlüssel zum System hinzu. Lesen Sie die Seite zum Hinzufügen und Entfernen von Schlüsseln und klicken Sie auf Next. Wählen Sie, welche IFOPs hinzugefügt werden sollen. Der passende IFOP wird daraufhin vom System freigegeben. Sie müssen Ihre Schlüssel nun mit den IFOPs verbinden. Dazu brauchen Sie die mitgelieferten Plomben. Achten Sie darauf, die Plombe dabei nicht zu beschädigen. Stecken Sie den IFOP zurück in das System. Für eine bessere Übersicht geben Sie eine nähere Beschreibung für den Schlüssel ein und klicken Sie auf Save. Jetzt ist der Zugriff auf die Schlüssel ganz einfach. Wenn Sie sich mit Ihrer PIN anmelden, können Sie die Schlüssel entnehmen, für die Sie berechtigt sind. Das System bietet außerdem die Möglichkeit, sich Aktivitätsprotokolle anzeigen zu lassen. Wann wer welchen Schlüssel aus dem Schrank geholt hat, wird so lückenlos dokumentiert. Mit TRAKA21 verwalten Sie Ihre Schlüssel intelligent per Touchscreen. Es ist einfach zu installieren, einzurichten und anzuwenden, sowohl für Administratoren als auch für die Anwender. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Assa Abloy.